Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter mit Elden Ring. Und zwar... Bin ich hier jetzt am... Nachdem ich in dem Gruselwald unterwegs war und mich da, glaube ich, ganz okay geschlagen habe, bin ich zurück zum Drachenberg und laufe jetzt da rauf. Los geht's. Ah, warte, ich darf ja wieder reiten, ne? Weiß nicht, ob das hier so geschickt ist, aber machen wir. Ah, warte, hier habe ich schon gekämpft und besiegt. Genau, und dann war der Typ da vorne, der gesagt hat, bitte geh hoch und bitte kill und... Keine Ahnung, leg meinen... Keine Ahnung, die Haarsträhne meiner Geliebten da dazu, bitte. Irgendwie sowas. Drachenblume. Fulgurblüte. Okay. Da geht's tief runter. Wollen wir mal nicht machen. Lol. Ist das geil. Ah, Skado-Baumfragment. Nice. Bin ich deswegen hierher gekommen? Oh, da geht's hier noch... Bist du der Drache, den ich killen soll, oder bist du nur irgendein Drache? Senesax. Ah, es könnte sein, dass du der Drache bist, den ich killen soll. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht so ganz. Ah, Pferdchen, friss mal ein bisschen was. Ich brauch dich noch. Hopla. Aua. 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 lebt pferdchen noch ja gut pferdchen lebt bei marikas fall auch wieder pferdchen brauche ich mit pferdchen ist es ein bisschen einfacher da muss ich aufpassen ich glaube da kann ich vielleicht drüber hüpfen wenn das kommt ouch oh der letzte drache der sich so angefühlt hat war schwarz hat eine brücke bewacht und hat sich irgendwo unter einem unter einer stadt versteckt ok da muss ich fünften probieren oh ok ja dieses zweite brutzeln ist eklig wie hießen der gute noch der schwarze ei 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 vielleicht ist das wasser hier aber auch ein thema weiß ich nicht mist springen ne dass der immer zweimal sowas macht ich meine nicht mal malik 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 mali den ich meine nicht hier darf so ist 1 dlc das ist ja das ist ja nicht wie das war irgendwas anderes media ist der media das kann sein ja das ist ja 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 Alter! Aua! Oh, 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 oh. Oh, ich muss, es ist, ich muss ihn tatsächlich, glaube ich, wirklich zu Fuß bekämpfen. Oh, 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 oh. Könntest du bitte einen Stun kriegen, dass ich dir einmal ein bisschen dickeren Schaden zufügen kann? Ich habe das Gefühl, der lässt sich nicht so gerne stunnen. Zu spät gesprungen? Ich weiß es nicht. Oder hilft der Sprung hier auch einfach nicht? Oh oh. Okay. Ich könnte es natürlich auch mal mit dem Schwert probieren. Aber da brauche ich viel mehr Ausdauer. Eigentlich. Oh, er macht es mehrfach. Autsch. Oh oh. Das kommt mir auch sehr bekannt vor hier, was hier gerade passiert. Mein Lieber. Oh oh. Nicht gut. Alles gut. Nichts passiert. Media. Ja doch, doch. Ja, ja. Media. Ganz klar. Den meine ich. Schwarz. Brücke beschützt. Unter einer Stadt versteckt. Nachdem ich ihn einen auf die Pfoten gehauen habe oder so ähnlich. Aua. 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 Aber der ist einfacher hier. Hören Sie bitte auf. Mann. Alter. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Shit. Ups. Ja, das war's. Aber Sennesachs hat man den nicht, hat man den nicht schon, schon mal im Hauptspiel bekämpft. Probiere ich ihn ein bisschen mit dem Pferd zu bekämpfen? Ne, das macht glaube ich keinen Sinn. Na, der hieß anders. Der hieß Alexander oder so. Oder Torben oder keine Ahnung. Der hatte irgendwie so einen Allerweltsnamen, der aus dem Hauptspiel, der große, alte Drache. Ah, ich habe B gedrückt. Aber das Spiel hat sich gedacht, nee. War das falsche Timing für deine B-Taste. Mist. Alter. Habe ich keine Ausdauer in den Momenten gerade oder was ist da los? Was machst du? Ach, shit. Oha, das ist ein One-Hit. Also so drei Viertel Leben auf jeden Fall. Wenn mich ein bisschen von seinem Flugfeuer erwischt. Wie hieß denn nochmal der andere Drache im Hauptspiel? Hieß der nicht Alex? Oder Torben oder irgendwie sowas. Könnten sie bitte aufhören, ihre Schwingen zu schwingen? Was machst du? Heiland, zack. Ich habe aber auch gerade ein beschissenes Timing. Ich probiere mal kurz was aus. Nur zwei schnelle Hits hintereinander oder so. Mist. Herbert. Ach so. Herbert. Okay. Nee, so haben wir den nicht genannt. Haben wir den Herbert genannt? Kann schon sein. Hahaha. Ich dachte, ich meine den großen in der Arena im Himmel da. Die eben in dieser Totenstadt oder Todesstadt oder wie auch immer. ist halt schwierig, so einen großen Gegner mit der Attacke hier konsistent zu treffen, weil ich nicht anvisieren kann. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, okay. Da wird einfach durch das Bein durchgerannt. Ah, Pascal. Ja, genau. Genau. Das war Pascal. Ach, ja. Der mehrköpfige Blitz. Ach ja, so ein bisschen wie der. Der blitzt ja hier auch so rum. Ist das ein Kumpel von dem? Gibt's da eine Lore? Ich meine, der hat mehrere Flügel, der andere hat mehrere Köpfe. Da sind ja schon ein paar Gemeinsamkeiten, äh, Gemeinsamkeiten. Das muss man schon sagen. Ach, Jimmy. Dass diese Attacke gegen große Gegner so ein Problem ist. Ähm, scheiße. Und dann renne ich durch sein Bein durch. Mist. Oh, come on. Das gibt's doch nicht. Oh oh. 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 Ich muss, guck mal, es gibt's doch gar nicht. Mein kleiner Zahnstocher ist einfach zu mickrig. Ich kann ihn nicht treffen. Ah, tot. Platzidusax. Ja, wenn du Platzidusax geschrieben hättest, dann wär mir Pascal auch wieder gekommen. Hm. Also ich bin mit der Keule weiter gekommen. Als mit dem Zahnstocher. Also, let's go Keule. Ich bin mit dem Zahnstocher. Ein exklipp. Ich bin mit dem Zeichen. Oh, wow. Ah, der zweite Schwung mit seiner anderen Hand. Ich drücke mal die Ausweichentaste, aber bin zu spät. Kann man... Kann man diesen... Wow, das habe ich noch nie probiert. Ob man den Drachen in Elden Ring auch den Schwanz abhacken kann. Oder ging das nicht in Dark Souls oder war das... Bin ich jetzt in einem anderen Spiel. Doch, in Dark Souls 1 konnte man denn doch... ...den Gegnern den Schwanz abhacken. Und hat dann Waffen gekriegt. Klar. Aua. Haha, ich muss hier, glaube ich... Okay. Ich hätte, glaube ich, nach links ausweichen sollen. Aua. Aua. Ey. Ich glaube, das ist echt scheiße, im Wasser zu stehen. Kann das sein? Breitet sich der Blitz im Wasser weiter aus? Kann ich... Habe ich irgendwas gegen Blitzwiderstand? Kann ich da was schlucken? Hmm? Huh. 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 Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden Ich meine, ich habe nicht viel davon Und ich weiß auch nicht, wie lange der Buff hält, aber Ich habe nicht viel davon Oh Gott So viel bringt das jetzt aber auch nicht Alter Das treibt mich in den Wahnsinn Dass der immer zweimal explodiert Was soll denn das Und dann in so einem Timing Dass man nicht ausweichen kann zweimal So ein blödes Timing Wenn er einmal trifft Dann trifft er gleich zweimal Wenn man da einmal aus dem Timing raus ist Ist das überhaupt der Kumpel Den wir killen müssen Ich weiß es gar nicht Vielleicht können wir den auch leben lassen Tschüss Kein Boss ist optional Ja aber ich kann ja zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen Ach guck mal Hier ist noch eine Gnade Was hat das zu bedeuten Was bist du denn Oh Gott Okay nein 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 Gegen euch kämpfe ich nicht Ist mir egal Irgendein Handbuch Hä Was ist denn das hier jetzt Jetzt bin ich auf dem Gipfel Und Wahrscheinlich geht es hier erst weiter Wenn man ihn gekillt hat Ich guck mal nochmal hier rauf Die armen Drachen Wollten doch auch nur zu Papa Oder sowas in der Art Hallo 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 Ups Moment Jetzt bin ich hier runtergefallen Damit Ich will nur mal gucken, was mich da oben erwartet Zu Mir ist noch kein schöner Name eingefallen Zu dem Drachen da unten gehen wir später zurück Vielleicht kann ich aber auch von hier oben einfach Ja genau Nächster Drache Auftritt Wow Holy shit Ach du Scheiße Okay, wie geil sieht er denn aus Bitte Im fehlten Bein Oh und er ist schnell Es ist ein schneller Drache Und Flügel hat er auch keine mehr Beziehungsweise Krallen What the fuck Holy shit Ach du Schande Okay Ähm Uff Aber geil sieht er aus Boah Ach du Scheiße Boah ist der schnell Boah ist der schnell Ha 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 Oh my god Oh shit Oh shit Gibt es hier eigentlich nirgendwo So ein Ding Um die Map aufzudecken Hier den Teil Doch Muss es doch irgendwo geben Oder Ich weiß noch nicht wo Boah Also der ist ein Kumpel Ben Der gute Ben Ist echt ein Kumpel Den mache ich glaube ich am Ende Wenn ich alles andere erledigt habe Weil du bist ein heftiger Boy Scheiße Ah ja Okay Ah schade Ich dachte es kommt irgendwas cooles Boah zweimal Dreimal Und noch ein Blitz am Ende Und dann hüpft er weg In die andere Richtung Hinter mich Uh Und flitzt nach vorne Wenn er so nach hinten geht Okay Darf ich hier reiten Nein Verspäteter Aufschlag am Boden Blitz unter sich Feuerblitz unter sich Jedes Mal wenn er Durch Springt durch mich Dreht er sich schnell mit dem Schwanz Okay Heißt ausweichen Egal ob ich ihn sehe oder nicht Ich muss das Timing fürs Ausweichen Da reinkriegen Wow Okay Okay Kann ich hier Kann ich dem irgendwie Ausweichen oder Erb Das habe ich gesehen Und jetzt Flug Nein Verspäteter Aufschlag War das Genau Lass mich dich sehen Was machst du Und schnappen 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 Blöd Schnapper Und Schwanz Und Schwanzdreher Jawohl Und Schnapper Jawohl Und hier kann man irgendwie Irgendwas kann man da machen Ich habe vorhin keinen Schaden bekommen Ich glaube das geht nicht kreisförmig weg die Flamme Sondern in so Strahlen Und wenn man zwischen den Strahlen steht Da muss man dann nur rausfinden wo der Winkel ist Kriegt man dort keinen Schaden glaube ich So und hier zur Seite rennen Ah reicht nicht Er zieht mir auch nach Wie komme ich da durch ohne Schaden zu bekommen Wow zweimal gedreht Weil ich auf der anderen Seite stand Okay es gibt aber da unten einen guten Winkel Ah das war der Schnapper Und Dreher Am Schwanz Oh Flammen Das zieht mir nach Die Flammen haben hinten raus eine Kurve gemacht Oh ist das dumm Haben wir schon wieder so einen Blödsinn am Start Oder vielleicht ist es den Berg hoch gegangen Und ich hatte eine schön doofe Perspektive Das kann auch sein Hier weiß ich nicht wenn er gleich Feuer spuckt Wie ich den Schaden vermeiden kann Magisch zielsuchende Flamme Ja stimmt könnte sein Man kann alles mit Magie erklären Und der Dreher Jawohl Zack Ja und ein Schnapper nach vorne Und jetzt kommt ein seitlicher Nein was ist hier Wie kann ich hier Da könnte ich vielleicht auch springen Da könnte ich vielleicht auch springen Oder einfach den Schaden akzeptieren Wenn er dann kommt Oh Schau mal einer an Mist Oh oh Uncool 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 Scheiße Ich wollte gerade rollen Und schnapp Oh shit Ah da weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Was ich tun muss Und der Dreher Ne Oh magisch zielsuchende Flamme Magisch zielsuchende Flamme Oh Gott Ah und ein Schlag nach vorne Den habe ich nicht gesehen Weil ich auf die Flammen geguckt habe Verdammt Es ärgern mich Diese Flammensachen Die ärgern mich ein bisschen Dass ich dem Zeug nicht ausweichen kann Genau diesen Blödsinn Dass ich da noch Keinen Weg gefunden habe Auszuweichen Ich weiß nicht Was ich hier machen soll Oh oh Brea Ne Oh Gott Und hier auch Genau das sind die zwei Sachen Die ich nicht hinkriege Und cool Ah Dass du danach noch ein Biss machst Du Bazi Oh Ah ups Nein Ja das ist halt auch das was Wo ich nicht ausweichen kann Keine Ahnung hab was ich da machen soll Hier Weiß nicht Keine Ahnung Erkenne ich nicht Sehe ich nicht Weiß ich nicht Und nochmal Und das macht er jetzt natürlich Dreimal hintereinander Macht er den Dem ich nicht ausweichen kann Wow Was passiert hier Holy shit Oh er fliegt What the fuck Okay komm her Kumpel Oh Gott Okay Nein Okay weglaufen Ist es wohl Oh nein weglaufen Okay Also wenn er den von oben macht Das kriege ich vielleicht irgendwie mit Vielleicht eine Sound Cue Auf Sound Cues habe ich bisher gar nicht geachtet Also auf ein Auf ein Geräusch das er macht Wenn er von oben Feuer spuckt Dass ich dann rauslaufe Dann könnte ich vielleicht Dem auch dodgen Jetzt muss ich nur noch rausfinden Wenn er Diesen Feuersturm nach vorne macht Das hier Ah im richtigen Moment Einfach eine Rolle Okay Oh shit Nein das war was anderes Verdammt Jetzt laufe ich ein ums andere Mal In den nächsten Drachen rein Ah ich war ja noch im Schlag Ah Mist Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hilf mir mal bitte kurz auf die Sprünge. Wo muss ich hin, um zu den Dreien zu kommen? Nee, das ist falsch hier. Vier Bosse, zwei Drachen. Nee, das ist doch auch falsch. Hier bin ich gestartet. Das muss schon hier irgendwo sein. Vier Bosse, zwei Drachen, Arena und Unkraut. Also vier Bosse sind noch offen. Ja, aber ich will jetzt zu diesem PvP-Gedöns, äh, zu diesem PvE. Bleibt mal weg. Muss ich da echt nochmal hier hochlaufen? Ich dachte, da wäre eine Gnade gewesen. War da keine Gnade? Doch, da war doch eine Gnade. Warum ist die nicht... Hallo? Warum ist die nicht auf meiner Map? Oder ist das... Nee, da nicht? Da nicht? Ist das das? Ah, das ist es, glaube ich. Rohrraum der Reinigungskammer. So, wie war das jetzt? Darf ich nicht. Hier, Bosse, wieso... Noch zwei weitere offen? Drei fallen dir ein. Ich weiß gar nicht, warum leuchte ich hier eigentlich mal zwischendurch rot? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Also, die beiden Drachen, okay. Aber das zählt ja mit zu Boss. Oder zählst du das jetzt gerade extra? Äh, ich bin gerade verwirrt von deiner Zählweise. Dann sind es sechs Bosse, wenn ich die Drachen als Bosse einfach mitzähle. Dann sind es... Sind mindestens noch zwei offen. Wenn ich jetzt das hier besiege... Achso, Moment. Nee, hä? Ich check's gerade nicht. Egal. Also, wenn ich die Drachen platt gemacht habe, sind noch mindestens drei offen. Irgendwie so. Sind noch eine Menge offen. Genauso. So sieht's nämlich aus. Ach. Ach. Ach, dass das kein Treffer war. Es dauert zu lang. Ja, ja. Da ist er nämlich schon, der Zweite. Und jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ach, ich war noch gar nicht tot, lol. Ach, die drei sind doch echt... Also, das ist schon so ein bisschen... ...wieder so eine Schikane hier für die Spieler. Ich verstehe auch nicht... Ich verstehe überhaupt nicht, warum... ...sie erst sagt... ...so von wegen... ...komm rein und dann... Oh, nee. Weißt du was? Don't you dare. Don't you dare. Don't you dare. Needle Knight Leather. Dryleaf Dane and our ally will never allow this. It is just what the woman said it would be. Lord of the Earth-Free. Lord America. You two deserve to face the Reckoning. Oh Gott. Ich habe gehofft, ich kriege ihn noch. Da war ich gierig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin doch mit der Nadelritterin bin ich doch hierher gekommen. Und die hat gesagt, hey du bist cool. Ich bin doch mit der Nadelritterin bin ich doch hierher gekommen. Ich bin doch mit der Nadelritterin bin ich doch hierher gekommen. Das war die Nadelritterin bin ich doch hierher gekommen. Aua. Na, sie macht magiescheiße. Sie macht magiescheiß. Sie macht magiescheiß. Nein. 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 Ich dachte ich kann sie schön mit meinem... mit meinem buckler besiegen jetzt habe ich die ersten beiden gekillt wie sie gekillt und dann okay dann bleibt halt bei der dicken keule für die letzte dann kriegt sie eben auch meine dicke keule auf den kopf gelegt junge wenn der erste hit schon nicht klappt mache ich gar nicht erst weiter macht keinen sinn scheiße vier bosse ich habe ja auch noch den ich habe ja auch noch den hässlichen baum der hässliche baum ist ja unkraut das meinst du mit unkraut nein der ist ja auch noch offen ja okay verstehe und dann noch drei dazu jetzt habe ich es verstanden und unser ally will never allow this tis just the woman said it will be lord of the earth three lord of marika you two deserve to face the wrecking michael Scheiße. Ach, ihr seid so Bastarde. Ihr seid solche Bastarde. Wieso konnte er so schnell saufen, ey? Meine Keule macht halt auch echt wenig Schaden. An die hin. Leider. Ja, ist ja gut. Ich habe sie verstanden. Okay, warum auch immer das kein Treffer war. Alter, schnauze jetzt. Ihr kleinen, dreckigen Bastarde. Der Herr ist schlafen, als du siehst, Amerika. Warum muss ich eigentlich in irgendwelche fremden Welten hier eintreten? Lasst mich doch einfach hier durch. Was soll das? Habe ich nicht noch irgendwas, was ich saufen kann? Irgendwas krasses. Wieso kann ich das nicht nutzen? Hallo. Äh, ups. Lord of America. You two deserve to face the reckoning. Oh, seine Gefuchtel, ey. Dein dreckiges, drecks, mistiges Mistgefuchtel. Ja, jetzt bin ich eh tot. Hallo, ich laufe doch, ich renne doch, ich renne doch weg. Du bist der Herr ist schlafen, und du bist bergen, Amerika. Ja. Ich hätte sie vorhin nicht mit dem Schwert versuchen sollen. Die Magie hat mich gekillt, weil ich sie in der Magie nicht unterbrechen konnte. Scheiße. Es ist doch so eine Dummscheiße. Es ist eine riesige Dummscheiße. Ich finde, wie schnell mich das auch triggert, dieser Blödsinn. Tief einatmen und wieder ausatmen. Ja. Ja. Ich glaube, Dane und unsere Alli, wird das nie geben. Das ist so, wie die Frau gesagt hat, es wird sein. Lord of the Earth-Tree, Lord of America. Ihr zweimal verdient eine Fähigkeit. Mikala, bitte. Rind dich. Er hat auch ein Tempo drauf. Das einfach nur super ätzend ist. Ah. Und ihre dämlichen Homing-Pfeile, ey. Seine Rollen sind so ätzend. Was ist das? Was soll die Scheiße, Mann? Du bist ein dummer Bastard. Ihr beide. Was ist das? Und dann labert sie mich jedes Mal voll. Da fällt mir was ein. Erika, ihr zweifelst eine Fahne für die Verkennung. Nein, nein, ach... Mir ist was eingefallen, was ich noch probieren könnte eigentlich. Ich kann die Jungs ja von hinten kritisch treffen. Das heißt, eigentlich müsste ich ja jedes Mal, wenn die zaubern oder sonst irgendwas machen, hinter die gehen können und sie abstechen. Trotzdem ist die Zappelei von dem Hutjungen echt Horror für meine Augen. Und für meinen Kopf. Nope, zack. Wenn die nicht jedes Mal so lange labern würde am Ende, am Anfang. Brabbelt mich jedes Mal voll die Alte. Und dann gehe ich in eine andere Welt, damit dann dort wieder andere Leute erscheinen? Was? Genau. Und dannさい dich nicht, dass du bis zum Ich bin ein Mitglied, ein Mitglied. Ich werde das nicht geben. Es ist wie die Frau sagte, es könnte sein. Herr der Erde. Herr der Welt. Herr der Marika. Du schaffst auch, die Rekord zu treffen. Nein, 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 nein. Machst du bitte nicht. Du schaffst, Mika. Du schaffst, Mika. Du schaffst, du schaffst. Ich bin entschuldig, dass ich dich als Kompatriott gesprochen habe, als wir vorhin standen. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber das müsste es eigentlich gewesen sein. Mein Weg zur Entschuldigung. Ich werde das Schmerzen meiner Frau zeigen. Es sind die Knie, die dich in die Todeskirche bringen müssen. Na bitte, geht doch. Mein Gott. Geschwert. GG, Dankeschön. Ich habe mich viel zu sehr aufgeregt über den Quatsch. Das war, glaube ich, nicht toll anzuschauen. Sie meinen sich beschweren. Bist du, Mikaela? Nein, du bist der dämliche... Oh. Okay. 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 Wo ist der Loot von dem anderen? Da hinten. Dantes Beinarbeit. Lol. Also erstmal will ich mir ihr Schwert anschauen. Ist das hier dabei? Nee, hier ist es. Standard Stich. Nadelstecher. Talent von Nadelritterin Leder erzeugt 10 goldene Nadeln. Okay, nein. Auf keinen Fall. Und was war das mit der Beinarbeit? War das eine Rüstung oder was war das? Nee. Das ist... Das ist das eine Waffe oder was? Ja, tatsächlich. Das ist eine Waffe. Hand-Explosion. Dantes Beinarbeit. Das ist ja witzig. Oh, Leute. Darf ich jetzt... Ah. Leders Rüstung. Dankeschön. Darf ich jetzt mal mit dem Boy sprechen? Mikkela. Was ist hier eigentlich los? Warum komme ich hierher und dann wollen Leute dich finden, dann will ich ihnen helfen und dann darf ich aber nicht wieder und keine Ahnung und dann geht's hin und her und... Warum bin ich eigentlich hier? Ich hab deine Hand berührt. Und dann hast du mich hergebracht. Lieber Mikkela. Ich war mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt hierher will oder sowas. Bin einfach hierher gekommen und jetzt versuche ich dir nur zu helfen. So. Und dort oben. Oh, warte. Da konnte ich noch was machen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass da oben der Endboss hinter der Tür wartet. Den gucke ich mir jetzt mal ganz kurz an. Hallo. Mikkela? Ich weiß, wer es ist. Alter. Die gute Inzucht, Lady. Ob ich ihn wohl mit dem Schwert oder mit der Keule besser besiegen kann? Leider wurde ich hier, bin ich nicht von Spoilern verschont geblieben, was sehr schade ist. Sonst würde ich jetzt doof gucken und die Augen aufreißen und sagen... Radar? Aber leider wurde ich gespoilert. Ja, ist auch episch. Es ist auf jeden Fall jetzt. Also die Szene sehe ich ja jetzt auch zum ersten Mal. Wow. Okay. Wow. Okay. Okay. Wow. Oh. 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 Da wollte ich zu viel. Ich bin aus dem Takt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte saufen. Scheiße. Ah, sieht aber okay aus. Also ich weiß nicht, was noch kommt. Nein. Nein. Oh, welche... Was kann ich in Elden Ring nochmal fressen, dass ich... Ohne den Tod meine Runen wieder bekomme? Dass ich mit Runen sterben kann? Was muss ich dafür nochmal fressen? Ich habe nicht mitbekommen, dass ich da unten gerade 300.000 Seelen bekommen habe oder Runen. Ja, ja. Ich will sie jetzt futtern. reinlaufen, die Runen holen und dann sterben. Weil die liegen jetzt ja da drin. Ich habe gerade nur rechts unten gesehen, minus 300.000. Ich hätte sie gerne wieder. Was muss ich denn hier... Was muss ich da nochmal fressen? ein Elden Ring. Oh, boah. Ein Elden Ring. Ein Elden Ring. Ein Elden Ring. Oh, boah. Opferzweig. Oh. Dafür müsste ich doch eigentlich welche haben. Sollte man meinen. Radarfrucht. Kriegsasche. Talisman. Ah, guck mal. Talisman. Müsste ich den dann als Talisman aus in dem Fall? Ähm. Boah. Aber welcher... Ah. Da haben wir ihn. Dankeschön, Sepp. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur... Oh Gott, ich muss ihn nur finden. Wow. Aua. Da hinten. Oh, nein, nein. Lass mich... Lass mich nicht... Nein. Oh, okay. Es hat sich hier erledigt. Vielleicht sollte man das nicht mit dem Rücken zum Endboss machen. Ah, scheiße. Der Verlust der Runen wurde verhindert. Danke. Dankeschön. Ah, shit. Und hier hieß es doch irgendwie irgendwas mit irgendwelchen Partikeln bei der ersten Attacke. Aber der macht doch hier gar nichts. Ah, Mist. Also außer hier vielleicht... Also außer hier vielleicht... Ui... Kein Hit. Geil. Okay, und das ist auch der... Äh, ups. Mist. Ah. Der ist cool. Ich muss jetzt was probieren. Einfach nur, damit ich's probiert hab. Damit sich auch wieder die Leute den Kopf über dem... Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können. Es wäre so witzig, wenn das jetzt gleich funktioniert, ne? Ah, Mist. Ich hab doch heilen sollen. Ich muss jetzt einmal... Ich muss nochmal rein. Ich muss nochmal probieren. Ob der den Rauchritter vom Thron stößt? Ich bin gespannt, was seine zweite Phase oder dritte Phase dann ist. Also jetzt der Anfang würde ich sagen... Kein Ding. Das kriegen wir hin. Ah, das darf ich nicht machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der den Rauchritter vom Thron stößt. Mist. Das war schlecht. Ganondorf. Ja, absolut. Boah, ein Zelda-Spiel in dem Stil, das wär der Shit. Aber mach das mal auf der... auf dem... auf der... auf der Nintendo-Konsole. Auf dem Nintendo. Auf das Nintendo. Da ist Nintendo, oder? Auf dem... auf dem Nintendo. Kumpel, das ist neu. Kein Timing, kein Timing. Kein gutes Timing. Bin dreimal in seine Attacke reingerollt. Aber ihn find ich cool. Der macht Bock, glaub ich. Also ich will jetzt trotzdem... Ich will's jetzt mal proben. Ich will's wissen. Wie oft muss ich ihn hitten mit meinem Zahnstocher, bis er in die Knie geht? Wie oft... Wie viele Schläge brauchst du aus meinem Zahnstocher, bis du in die Knie gehst? Ah, man kann es nicht zweimal hintereinander machen. Ocarina und Majora's Mask. Ocarina of Time fand ich jetzt gar nicht so düster. Es war zwischendurch düster, aber der Großteil des Spiels war schon eher... Also die offene Welt war auf jeden Fall. Ja, wobei, ja, so... Wenn man nicht... Ja, so manche Ecken waren schon düster. Stimmt schon. Ach, da kommt noch was. Das darf ich nicht vergessen. Mist. Ah, und hier muss man... Ähm... Eigentlich... Mist, zu spät. Ich kann ihn nicht oft schnell genug hintereinander mit dem Zahnstocher treffen. Ich glaube, er regeneriert dann schon wieder so viel, ähm, Gleichgewicht oder Haltung, Haltungsschaden ist das ja, den man da macht. In der Zeit, bis ich einen zweiten Treffer landen kann, dass es keinen... Ah, da muss ich zweimal ausweichen, wenn ich's nicht richtig sehen kann. Ah, doch, guck mal. Ah, war ich wieder aus dem Rhythmus raus. Ah, es könnte gehen mit dem Zahnstocher. Es könnte gehen mit dem Zahnstocher, äh. Aber wahrscheinlich bin ich mit der Keule trotzdem besser aufgehoben. Der Blutungsschaden ist einfach so krass mit dem Ding, ne? Ah, echt zu spät. Ach, Mist. Die Musik, ne? Der absolute Wahnsinn. Das ist aber auch schon... Mir macht das schon wieder so viel Bock, hier reinzulaufen und rauszufinden, wie der Kumpel hier loslegt und was er macht. Ach, Mist. Da kommt ja nochmal was. Ah, Timing. Scheiße. Darf ich nicht machen. Ich darf nur angreifen, wenn's wirklich reinpasst, sonst... Wenn da so zwei, drei Hits kommen von ihm, bin ich verloren. Vor allem mit dem Zahnstocher halt. Mit der Keule wär's anders, weil... Da bin ich schneller aus dem Angriff wieder raus. Aber bis ich den Angriff durchgeführt hab mit dem Zahnstocher... Aua. Ja, das ist, glaub ich, nix, das... Jaja, ich glaub, die Keule ist es. Es ist zwar ganz witzig, ihn dann in den Stun zu bringen, aber das wird mit der Keule auch passieren, früher oder später. Gehen wir mal mit der Keule rein. Das ist auch seltsam. Mal mit dem Zahnstocher hab ich aber mehr Schaden gemacht, ne? Ja, wesentlich mehr. Parieren wird auch nicht richtig funktionieren, weil er wieder zwei- oder dreimal pariert werden muss. Ich mein, ich kann's probieren. Parieren und dann ein paar mit der Blutungskeule auf die Rübe. Schauen wir mal, was passiert. Aua. Lol. Okay, man kann ihn, glaub ich, nicht parieren. Doch, kann man. Aber nicht alle Angriffe. Autsch. Ah, zu früh. Mist. Ah, nee, okay. Aber, ja, wäre theoretisch auch möglich. Wäre eigentlich schon witzig, mal einen Endboss zu parieren, ne? Ich glaube, ich hab ihn jetzt dreimal, hab ich ihn parieren müssen. Macht dann meine Keule mehr Schaden oder mein Zahnstocher? Oder eine der anderen Waffen, die ich so hab? Mal kurz ausprobieren. Ah, zu spät. Ah, das kommt viel später. Shit. Oh. Er schmeißt mich auch in die Luft. Cool. Oh, der Rauchritter, der ist ja... Ist der noch offen? Hab ich ihn besiegt? Hab ich ihn besiegt? Ich glaube nicht, ne? Der ist immer noch offen. Wie kann ich dem ausweichen? Wie kann ich dem ausweichen? Ich seh' nix. Der ist sowas von offen. Okay. Muss ich da springen? Wahrscheinlich muss ich da springen. Was anderes kann ich mir fast nicht vorstellen. Also vom Timing her müsste es bei mir eigentlich gepasst haben. Hier, das. Scheiße, da muss ich springen. Glaube ich. Ach, das geht nicht. Oder zweimal. Zweimal direkt hintereinander. Ah, shit. So, wie viel Damage machst du? Ah. Oh, okay. Seltsam. Vorhin habe ich gerade keinen Schaden dadurch bekommen. Oh, was? Ah, Mist. Mist. Da muss ich noch rausfinden, welche ich da parieren kann und welche nicht. Dann wäre es schon witzig. Soll ich den Endboss aus dem DLC einfach parieren? Soll ich es durchziehen und das lernen? Ich meine, es hat ja jetzt schon ein paar Mal funktioniert, ne? Ah, okay, das war Damage. Schreibt's in die Kommentare. Soll ich es durchziehen und den DLC Endboss lernen zu parieren? Könnte ich eigentlich schon machen. Wäre irgendwie witzig. Aber wenn es mir zu viel wird und von euch nichts kommt an Aussagen dazu, dann mache ich so, wie ich Bock habe. Wenn ihr sagt, probier mal, dann werde ich es probieren. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.